Musik 25 Jahre ist die Profi Seilwinden Baureihe bereits erfolgreich am Markt vertreten. Nun hat Pfanzelt die Seilwinden mit einem neuen Design versehen. Bei der Weiterentwicklung mit modernster Technik stehen Bedienkomfort, Ergonomie und Sicherheit sowohl für den Anwender als auch für das Fahrzeug an oberster Stelle. Bewährte Eigenschaften stellen dabei die Basis für die Überarbeitung dar. Optimiert wurde unter anderem der Hydraulikkreislauf. Das neue PHS-System mit einem permanenten Hydraulikdruck sorgt für noch kürzere Reaktionszeiten und schnelleres Arbeiten. Das neue und besonders stabile Rücke-Schild aus hochfestem Feinkornstahl in Keilform sichert auch bei seitlichem Zug eine hohe Standfestigkeit. Der untere Teil des Rücke-Schildes kann optional hydraulisch klappbar ausgeformt sein. Dies erlaubt ein leichteres Überfahren von Hindernissen und einen sichereren Stand. Die Seiltrommel ist in Fahrtrichtung verbaut und liegt somit besonders schwerpunktgünstig am Schlepper. Die breite Trommel mit großem Innendurchmesser bietet bei serienmäßiger Seilausstattung einen Zugkraftabfall von nur sehr geringen 21% und Seilauszugskräfte von nur 30 Newton. Der Antrieb erfolgt über ein Schnecken- und Sternradgetriebe. Er ist absolut robust, langlebig und nahezu wartungsfrei. Die Steuerung des Brems- und Kupplungsvorgangs durch Mehrscheiben-Lamellenpakete ermöglicht eine exakte und sichere Seilarbeit. Zusätzliche Sicherheit bietet das Lastsenkventil. Damit kann der Bediener ein unter Last stehendes Seil dosiert entlasten. Optional kann das proportionale Öffnen der Bremse auch über Funk bedient werden. Der serienmäßig verbaute Pfandzell-Seilverteilarm mit integrierter lastabhängiger Seileinlaufbremse garantiert eine saubere Wicklung des Seils über die komplette Trommelbreite. Unterstützt wird dieser durch eine optional erhältliche Druckrolle. Auch der Pfandzell-Seilausstoß erhöht den Bedienkomfort. Die Ausspulvorrichtung presst das Seil über mehrere Andruckrollen fest an die Seilrolle. Durch den besonderen Aufbau ist die Funktionsfähigkeit auch bei Verunreinigungen oder Seilverletzungen gegeben. Für sicheres und bestandsschonendes Arbeiten werden die Pfandzell-Profi-Seilwinden serienmäßig mit einer Funksteuerung ausgestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017